Hallo Fans, wir sind heute hier wieder im Fancast. Mein Name ist Max, mir gegenüber sitzt der Egor. Guten Tag. Und wir wollen heute so ein bisschen über den Film Glass sprechen. Das ist ja ein Film, in dem so das Universum, das in Unbreakable und Split aufgebaut wurde, dann zusammengeführt wird und die beiden Filme dann eben auch zusammenführt. Ja, wir wollen den Film natürlich einmal ganz kurz zusammenfassen. Also in dem Film geht es grundsätzlich darum, dass die drei Charaktere, die wir aus den vorangegangenen Filmen kennengelernt haben, David Dunn, gespielt von Bruce Willis, dann Kevin Wendell Crump, gespielt von James McAvoy und Elijah Price, alias Mr. Glass, gespielt von Samuel L. Jackson, aufeinandertreffen. Und ja, da allerhand passiert natürlich, denn der Film beginnt so, dass wir sogar 19 Jahre nach Unbreakable sind und David Dunn älter geworden ist, aber seine Rolle als, ja, man nennt ihn in Glass den Overseer, nicht fallen lassen hat, sondern er versucht, Kleinkriminelle zu bekämpfen und bekommt dann eben mit, dass irgendwo dieses sogenannte Beast, das wir in Split kennengelernt haben, sein Unwesen treibt und versucht, dieses Beast zu finden. Und die beiden treffen auch relativ schnell aufeinander und werden dann aber durch einen ungünstigen Zufall gefangen genommen und in eine psychiatrische Anstalt gesperrt, wo eben Elijah Price schon eine ganze Weile drin zu sein scheint. Und der weitere Verlauf des Films geht dann eben darum, was in dieser Anstalt passiert und am Ende gibt's natürlich einen, ja, Konflikt, der aufgelöst wird in einem großen Showdown und für M. Night Shyamalan üblich natürlich auch eine Wendung am Ende, die wir euch aber jetzt zumindest am Anfang des Fancasts noch nicht spoilern wollen. Genau, also die Regie und Drehbuch wird halt von M. Night Shyamalan geschrieben und halt gedreht und wie fand ich den Film? Ich fand den Film halt ziemlich gut, obwohl ich zehn Minuten ins Spiel gekommen bin. Genau, ich hatte gerade mit Max noch ein bisschen darüber gesprochen gehabt, dass halt genau wie zwei Drittel fandest du halt super. Du hast gesagt, das wird der beste Film seit Gedenken der Zeit. Ja, absolut. Genau, bei mir war es halt wirklich auch so, weil diese Atmosphäre, die halt aufgebaut wurde oder in einer Anstalt, ist halt geil. Ich fand die auch richtig geil und halt auch das Licht und die ganze, wirklich die Atmosphäre drumherum, war super. Auch die Bildästhetik, so die M. Night Shyamalan mit diesem Film dann geschaffen hat, unterscheidet sich ja auch einfach ein bisschen von dem, was wir heutzutage aus dem, ich sag mal, normalen Standardkino gewohnt sind, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, also der hat so einen Schleier drüber gelegt, irgendwie war es irgendwie so ein leichter Schleier. Genau. Jetzt würde ich auf dem matten Bildschirm gucken. Genau, das fand ich halt. Krass. Also ich fand es sehr gut. Ich fand es sehr gut. Und im Nachhinein wird dann halt die, wie M. Night Shyamalan halt bekannt ist für seine Wendung, hat er halt versucht dann am Ende des Films eine Wendung zu gestalten, die meiner Meinung nach nicht so gut gelungen ist. Ja. Ich fand die halt nicht so toll. Es ist halt so für mich wie so ein, weiß nicht, als würde eine erwachsene Person auf einen Comic schauen, dass halt dann irgendwie, und dann halt, ähm, hat halt das gedacht, was halt ein Erwachsener über einen Comic denkt. Also der hat halt das, das halt im Film repräsentiert. Es war halt so unspektakulär. Also wenn man es halt vergleicht, ich weiß nicht, das nächste wäre vielleicht das, äh, DC-Universum, was so ein bisschen annähern könnte, oder X-Men-Universum, die wären halt ganz so in die Richtung. Aber war nicht so schön, also ich fand's nicht so gut. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, vor allen Dingen, ähm, ohne jetzt direkt schon spoilern zu wollen, ähm, was, was mir so absolut missfallen hat, ist, dass der Film über diese zwei Drittel, die sich in der Anstalt befinden, ähm, versucht, dir eine Erwartung aufzubauen. Und du denkst so, boah, krass, das wird, das, das muss ja jetzt in dem Mega-Showdown des Jahres enden. Und du hast das Gefühl, dass das jetzt mega abgeht und dass gleich eine riesen, krasse Action-Szene kommt. Und dann kommt diese Wendung und deine Erwartung ist einfach enttäuscht, ne? Ja, so, man kann's ja irgendwie vergleichen mit, äh, einem DJ, der seinen, äh, Drop irgendwie aufbaut und dann einfach ins Nichts versenkt. Genau, genau. Es war wirklich so, man hat wirklich Erwartungen gehabt und dann war's so, äh, okay. Was ich halt richtig schön fand, mal wieder Bruce Willis in einem Film zu sehen, ich hab den, glaub ich, wann hab ich, war der letzte Film mit ihm, äh, Drop langsam? Oder weiß ich nicht, ich keine Ahnung, ich bin da auch nicht so, aber mal wieder richtig schön den Bruce Willis zu sehen, aber halt halt auf der anderen Seite auch richtig schade, dass der irgendwie seine, seine Potenziale irgendwie nicht genutzt wurde im Film, so, als würde er irgendwie, hätte er nicht zu wenig Geld für ihn, oder? Ja, der kam recht selten vor. Genau, der war halt auch sehr wenig Dialoge gehabt, das fand ich halt auch sehr schade, weil Bruce Willis halt ein geiler Schauspieler ist, ich find den halt mega gut. Ja, er ist halt ein bisschen alt geworden. Genau, ja, ja, ist halt normal. Ich find so, innerhalb der Anstalt, ähm, die Atmosphäre, da hab ich teilweise wirklich im Kino gesessen und, äh, wirklich selber Beklemmungen bekommen. Ja, das stimmt. Diese Enge der Anstalt, wie die dargestellt wurde, das fand ich, ist richtig gut gelungen. Ich fand halt genau dieses, dieses, dieses Licht fand ich halt so gut in dem Film, auch die, äh... Das, das Licht von, äh, dem Biest, James McAvoy, ne? Genau. Ja. Nee, aber auch generell, als sie dann, äh, mit der, äh, Profesor oder Doktorant, äh, den Doktor da saßen, in der mit der, wie heißt die nochmal, äh, Dr. Ellie Staple? Mhm. Ja, Staple, genau, die saßen halt in einem Raum und sie hat halt besprochen, oder versucht, den Leuten, äh, den, äh, drei einzureden, dass sie das eigentlich als, als eine Vorstellung ist, dass sie gar nicht die Kraft haben. Mhm. Und ich fand halt diesen Raum wunderschön, also ich fand das wirklich sehr gut gemacht. Ja, die Bildästhetik an sich, äh, die Anstalt hat einfach gepasst. Die Anstalt hat, äh, die Atmosphäre, die man, wie man sich so eine Anstalt vorstellt, einfach super eingefangen. Super, ja. Das war super authentisch, das war echt klasse. Und, ähm, ich fand die, die Geschichte, die erzählt wurde, wie eben Mr. Glass, ähm, seinen Plan aus dieser Anstalt auszubrechen, über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinweg vorbereitet hat, ähm, das war richtig schön ausgearbeitet, ne? Das hat man aber auch erwartet von ihm, sonst wäre das halt genauso. Ja, klar, klar, auf jeden Fall, das hat man auf jeden Fall erwartet. Mir persönlich fällt's recht schwer, über den Film zu sprechen, ohne, ähm, ohne zu spoilern. Deswegen, Ego, wollen wir mal sagen, ab hier Spoilerwarnung. Würde ich sagen, Leute, wenn ihr den Film noch gucken wollt, würde ich anhalten und dann erst gleich nach dem Film weiter zuhören. Genau. Aber ab jetzt fangen wir, glaube ich, auch ein bisschen an zu spoilern. Genau, denn, ähm, was mir so am allerwenigsten gefallen hat, so an dieser Wendung, ist einfach wie, ich sag mal, respektlos, M. Night Shyamalan mit diesen drei Charakteren, die er ja in zwei Filmen schon in einem echt langsamen Erzähltempo versucht hat zu etablieren, umgeht. Ja. Dass die einfach innerhalb von, ja, ich sag mal, zwei bis drei Minuten alle getötet werden. Stimmt. Und zwar auf eine unglaublich unepische Art. Ich kann die Intention dahinter total verstehen, dass er irgendwie sagt, ja, ähm, es muss ja jetzt irgendwie weitergehen und es wäre vielleicht auch langweilig, die Geschichte von diesen drei Leuten weiter zu erzählen. Ähm, also mach ich jetzt eine Wendung, die, die ganz woanders hinführt und die Möglichkeit gibt, nochmal neue Geschichten zu erzählen. Aber auf der anderen Seite, den Charakteren gegenüber, finde ich die Art der Wendung einfach total respektlos. Ja, ist wirklich das Problem. Dass Bruce Willis in einer scheiß Pfütze ertränkt wird, Junge. Was ist das denn bitte? Aus einer Szene, als wäre er im Meer. Ja, genau, richtig. Sieht aus, als wäre er im Meer und kriegt diese Hand von dieser Psychiaterin gereicht. Das fand ich auch total komisch, diese Psychiaterin, was ist mit der? Und insofern bin ich umso mehr enttäuscht von diesem Showdown. Und du kriegst gesagt, ja, der Showdown, der findet auf jeden Fall bei der Eröffnung dieses Gebäudes statt. Und die ganze Welt wird zuschauen und du hast die Erwartung, das muss jetzt kommen. Weißt du, bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo die die Anstalt verlassen hatten, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, boah, das ist der Film. Neun von zehn Punkten, geile Action, äh, oder nicht Action, sondern geile Atmosphäre, das ist ein toller Film. Dann kommen die raus, prügeln sich vor der Anstalt. Ich dachte, boah, was ein Müll. Maximal zwei von zehn Punkten. Das kann nicht gut sein. Das war wirklich für mich, das ist halt so, als hättender Erwachsener, der absolut keine Ahnung von Comics hat oder die nicht mag, hat da draußen einen Comicfilm gemacht. Das ist so, ich weiß nicht, der könne auch sich zwei Muskelprotze in einem Fitnessstudio boxen. Sieht genauso aus. Das fand ich nicht so super. Was ich halt richtig geil fand, war halt die Rolle von Dr. Elias Staple. Man hat ihr die Rolle abgekauft, die ganze, dass sie halt ein Psychologe ist, der sich halt, dafür interessiert, was für Charaktere das sind. Und dass sie halt in den einreden wollte, dass es eigentlich gar nicht wahr ist. Ja, was heißt einreden? Man hat ihr ja auch abgenommen, dass sie auch selber gedacht hat, dass es sowas wie übermenschliche Fähigkeiten einfach nicht gibt. Stimmt, sie war so genau, so Züge spalten zwischendurch, genau. Genau, und das finde ich halt auch. Man hat ihr das abgenommen. Und insofern fand ich das umso seltsamer, dass die dann am Ende irgendwie der Kopf dieser Gesellschaft sein soll. Ja, das ist auch ganz bescheuert. Die irgendwie dann die übermenschlichen Menschen kontrollieren soll und in den Schach halten soll. Man hat ja, glaube ich, auch in den letzten, war das ein paar und halb von zwei Minuten dann irgendwie so, ja, es gibt eine Organisation, die will nicht, dass übermenschliche Menschen halt entstehen und das war's. Genau, nichts dazu erklärt, man hat nur dieses Kleeblatt an den Armen gesehen. Und ich finde, das war alles so ein bisschen übers Knie gebrochen und nicht gut vorbereitet. Ich glaube, wenn man diese Storyline mit dieser Gesellschaft schon am Anfang des Films ein bisschen angeteasert hätte und dann anhand dieser Wendung gemerkt hätte, ach krass, da waren ja wirklich Anzeichen dafür da, dann hätte man das, glaube ich, auch besser aufgenommen, als diese 180-Grad-Wendung zu sagen, ja, das ist jetzt so, ohne dass man als Zuschauer die Möglichkeit hatte zu sagen, boah, krass, und das habe ich die ganze Zeit nicht gemerkt, boah, da waren ja voll die Anzeichen für da und so, sondern einfach von jetzt auf gleich. So Häppchen mal hoppen, droppen lassen. Ja, genau, genau. Vielleicht sind wir das sogar gewohnt in den Filmen, weil mittlerweile ist ja irgendwie gefühlt, alle Filme, wenn ein Bösewicht ist, dass immer Häppchen ja fallen gelassen werden, um den Zuschauer zu suggerieren, dass es halt eine Organisation gibt, zum Beispiel, die gegen dich kämpft. War ja in dem Film nicht so. Vielleicht sind wir das einfach nur gewohnt. Ja, das kann sein. Ähm, aber wenn wir uns jetzt einfach mal so die Theorie von Storytelling angucken. Ähm, ich persönlich bin einfach immer enttäuscht, wenn mir versucht wird, eine Geschichte zu erzählen, ähm, die dann eine Wendung nimmt, die ich für unrealistisch halte. Im Falle vom Doktor. Ja, genau. Und das ist halt genau hier der Fall, ne? Ja. Ähm, wenn ich dann das Gefühl gehabt hätte, boah, krass, das hätte man doch eigentlich merken müssen, weil es dafür Anzeichen gab, dann ist das viel glaubhafter. Ja, genau. Als einen Charakter zu etablieren und aufzubauen und glaubhaft darstellen zu wollen, nur um am Ende dann zu sagen, ha, ich hab euch verarscht. War eigentlich genau andersrum. Ja. Und das ist, glaub ich, so das Hauptproblem, das ich mit dem, äh, mit diesem Charakter, mit dieser Psychologin hab, ne? Man hat's ja wirklich abgekauft, dass sie halt das glaubt, was sie halt tut. Auf der anderen Seite ist natürlich auch interessant, ähm, das ist ja auch genau die Intention dieser Gesellschaft gewesen, ne? Alle Menschen glauben zu lassen, ähm, dass es keine übermenschlichen Kräfte in, in irgendwelchen Menschen gibt. Ja. Und insofern könnte's auch wieder gut sein, ähm, aber nochmal so zum Thema Bewertung, ne? Ähm, nachdem der Showdown dann vorbei war und alle Charaktere tot waren, dachte ich erstmal so, boah, Ernsthaft, was ein Scheißende. Das muss nicht sein, ne? Was ein Scheißende. Äh, dieser Twist dann aber zu sagen, okay, Mr. Glass hat das alles von Anfang an so geplant und hier, äh, Livestream auf ne Website und keine Ahnung, dass die drei, äh, Hinterbliebenen der drei Hauptcharaktere das dann noch veröffentlichen, das, find ich, hat das Ganze wieder ein bisschen rausgerissen, weil du dann eben nicht so diese Mega-Enttäuschung hattest, ähm, ja, die sind jetzt halt tot, alles vorbei, sondern irgendwie immer noch die Hoffnung, ja krass, das hatte nen Sinn, ne? Genau, das fand ich halt auch. Das war so ein, man wurde wieder aufgefangen von dem Film, weil das war wirklich so ein Loch, dieses, dieses Setting draußen vor dem, ähm, von der Anstalt war halt, ne? Muss nicht sein, kann man irgendwie rausschneiden und da halt so irgendwie. Wirkte halt auch so ein bisschen, als hätten die einfach am Ende zu wenig Geld gehabt, um den Showdown wirklich gut zu inszenieren, ne? Vielleicht haben die, ja, vielleicht eingezwungen ins Drehbuch, das so genau. Und dann halt wirklich dann, dass man am Ende erfahren hat, dass es halt eigentlich das Plan war, das, was passiert ist, dass er halt, äh, ein Hack gemacht hat in dem, in dem Kamerasystem und das ist alles gestreamt oder auf eine E-Mail geschickt wurde, in dem Fall von den, äh, von der Mutter, der, ein Mädchen, die im Split war und halt dem Sohn vom, äh... Die Überlebende bei Split und der Sohn von David dann, genau. Genau. Was auch cool ist, dass die auch mal den gleichen Schauspieler genommen haben. Ja, für den Sohn. Ja, ja, das ist auch richtig krass. Generell, äh, der, der Cast ist ja komplett gleich geblieben seit, äh, seit Unbreakable, das find ich auch richtig gut. Das find ich auch richtig gut, ja. Ähm, passt ja auch. Wenn, wenn der Schauspieler, der in, äh, Unbreakable noch ein kleiner Junge war, 19 Jahre später dann halt ein erwachsener Mann ist. Und wäre auch dumm, den nicht zu nehmen. Ja, sicher. Wäre nicht dumm, den nicht zu nehmen. Das ist super. Genau. Hast du, Egor, eigentlich diese Wendung, dass Mr. Glass mit dem Zugunglück, wo Bruce Willis, also David Dunn seine Fähigkeiten überhaupt erst entdeckt hat, äh, diesen, diesen Twist, dass dabei Kevins Vater umgekommen ist, kommen sehen? Tatsächlich nicht, weil ich halt am Breakable halt lange, vor langer Zeit gesehen hab. Und das sah für mich irgendwie aus den Gedanken raus. Und dann halt, als ich halt dann die Szene kam im Film, war für mich so, okay, das macht Sinn. Genau, dann hat man so ein Backflash gehabt, was man vom Breakable Gunt hatte. Also, äh, Davids Sohn, ähm, hat ihn ja dann, äh, da drauf gebracht, ne? Und Mr. Glass war ja auch ein bisschen sauer und sagte so, nein, du das nicht, sag es jetzt nicht. Sag es ihm jetzt noch nicht. Ich find, das war ein bisschen sehr offensichtlich, weil in dieser Montage, als sowohl Davids Sohn, als auch Mr. Glass beide diese Online-Recherche gemacht haben. Ja. Äh, über, ähm, den Vater von, von Kevin. Ähm, ich fand die Montage sehr offensichtlich, äh, dass, da konnte man dann direkt schon erahnen, dass, dass das irgendwas mit, mit David zu tun haben muss. Und die einzige Möglichkeit war dann ja im Prinzip, dass, äh, der Vater, ähm, dann bei dem Zugunglück umgekommen ist. Stimmt, da war ja die Szene gewesen, wo der Sohn von, äh, David Dunn, ähm, dann irgendwo saß und am Computer und dann so einen Schritt zurückgemacht hat vom Computer. Genau. Und dann der Cut direkt zu Elijah. Ja, genau. Das war, finde ich, ziemlich offensichtlich. Und insofern, als der, äh, ich glaub, da war ich, glaub ich, in meinem Englisch-Beschäftigten versucht, alles zu verstehen. Ach so, ja. Ja, das kann gut möglich sein, deswegen. Ja, für unsere Zuhörer, äh, vielleicht zur Information, wir haben den Film auf Englisch gesehen, also in, in der Originals, äh, Sprache. Ja. Ähm, insofern aber trotzdem, als der Sohn, wie heißt, wie heißt der Sohn denn nochmal von David? Boah, das weiß ich leider nicht. Hab ich jetzt auch vergessen. Ich hab's raus, also. Aber ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall, als der dann so dazwischen gegangen ist, zwischen den Kampf von David und Kevin, ähm, und sagt, ja, äh, ich muss dir unbedingt was erzählen, da dachte ich schon, ja, dein Vater ist beim Zugunglück umgekommen, ist ja jetzt nix Neues, so. Also insofern, die Wendung war ein bisschen sehr vorhersehbar, im Vergleich zu der anderen Wendung, die so vollkommen an den Haaren herbeigezogen war, ne? Stimmt. Ich fand dann den, wie wir angesprochen haben, den Tod der Charakter, fand ich irgendwie, ähm, sehr, äh, unspektakulär halt, Glass wurde mit einem Griff getötet. Ja, ja, direkt so, bam, dein Herz tot. Ja, genau. Mit einem Griff vom Biest getötet, dann war's das, dann lag der halt die Viertelstunde des Films da auf dem Boden, ja, und dann kam halt, ähm, Bruce Willis, wo der tränkt, in der Pfütze. In der Pfütze, Alter, in der Pfütze, ich komm nicht drüber, wie geht's? Vor allem, der Typ ist ja, ist ja eigentlich stark, ne, der verbiegt ja. Ja, ja, aber seine Schwäche ist ja das Wasser, und wenn er unter Wasser ist, verliert er ja seine Stärke, haben wir ja irgendwie gelernt, ne? Insofern irgendwie nachvollziehbar, aber trotzdem so unepisch. Ja, das war unepisch, ja. Das war unepisch, ja. Was ich, äh, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, was ich, äh, richtig cool fand, ich hab mir, ähm, vor ein paar Wochen nochmal die alte DVD von Unbreakable angeguckt. Und auf der DVD ist so ein bisschen Bonusmaterial, wo eben auch Deleted Scenes bei sind. Ja. Und, ähm, was ich cool fand an, äh, Glass, dass diese Deleted Scenes, zu denen M. Night Shyamalan damals, ich weiß nicht, 1900, nee, 2000. 2000 war das, genau. 2000 hat er in einem Interview, äh, für dieses Bonusmaterial noch erzählt, dass diese Deleted Scenes eigentlich Schlüsselmomente für Unbreakable sein sollten. Ähm, die sich dann aber doch entschlossen haben, das wieder rauszuschneiden, weil die einfach zu langsam erzählt waren und damit so einfach die Geschichte nicht genug vorangetrieben haben, sondern nur so die Intentionen der Charaktere ein bisschen weiter erklärt haben. Ich fand richtig gut, wie diese Deleted Scenes in Glass nochmal wiederverwertet wurden. Die haben gepasst, ne? Die haben richtig gut gepasst und es hat gewirkt, als wären die exakt für diesen Film produziert worden, obwohl es halt einfach 19 Jahre alte Szenen sind, ne? Genau, die alte Szenen, genau, wo man Bruce Willis halt in Jung sieht oder vor 19 Jahren. Genau. Genau, man sieht, man sieht an, wie er geworden ist. Ja, auch Elijah auf dem, äh, auf dem Jahrmarkt. Das stimmt. Boah, ja. War auch richtig, richtig emotionaler Moment, ja, eigentlich, ne? Wo du einfach nochmal gemerkt hast, was, was Elijah so für Intention, was das für ein Mensch ist, ne? Ist das eine alte Szene auch gewesen? Ja, das ist auch eine alte Szene. Hätte ich nicht gedacht. Also, ich hab gar nicht, ich hab gar nicht drauf geachtet, ja, krass. Das Witzige, ähm, in dem Bonusmaterial von Unbreakable ist das, äh, eine Plansequenz. Also, ne, ne Sequenz ohne Schnitte, die über fünf Minuten geht. Krass, und die haben das so durchgezogen. Ja, ne, die haben, die haben die ein bisschen anders geschnitten, ne? Also, da sind ja Schnitte drin, dass du, äh, das ein bisschen gekürzt hast, aber so die grundsätzliche Aussage ist immer noch da. Ähm, die sollte in Unbreakable eben, äh, zeigen, ähm, dass Mr. Glass, also Elijah, wie er sich ja dann auch noch, nennt er es ja in der Szene noch ein Kind, ähm, dass er eben mehr von der Welt möchte, als einfach nur, ja, Angst zu haben und, und sich die ganze Zeit nur davor zu fürchten, sich seine Knochen zu brechen, dass er irgendwie versucht, trotz seiner Einschränkung, ähm, Spaß an der Welt zu haben. Genau, vor allem, da hat er ja irgendwie eine sehr hohe Zahl gesagt, wo, wie oft seine Knochen gebrochen sind. 94 Brüche. 94 Mal, und dann hat er gesagt, ja, egal, ich mach weiter. Genau. Das fand ich halt ziemlich klar, genau. Ja. Das ist halt seine, seine Kraft gewesen. Ja, ist halt der, der super intelligente Typ, der das Master meint, ne? Ähm, was mich auch fasziniert hat, äh, im Sterben liegend, sagt er zu seiner Mutter dann ja, ähm, das ist keine, also, äh, auf Deutsch übersetzt natürlich, ähm, das ist keine limitierte Ausgabe, sondern das ist eine Origin-Story. Ja, stimmt, genau. Das fand ich auch witzig, ja. Ähm, interessant finde ich jetzt halt den Gedanken, soll das bedeuten, dass es nach Glass noch weiter geht mit diesem Universum? Kriegen wir noch mehr Filme von M. Night Shyamalan, die in diesem Universum spielen? Man könnte ja das interpretieren aus dem Ende des Films, wo halt die ganzen, die ganze, ganzen Menschen erfahren, dass es halt so Menschen gibt, die halt außergewöhnliche Kräfte haben und dann vielleicht sehen, dass sie selber eine Kraft haben und dahingehend wahrscheinlich werden wir halt zukünftig andere, Anführungszeichen, Superhelden oder nahe Superhelden sehen. Ja, das kann gut passieren, das kann gut passieren, da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Ich wäre auch gespannt. Eine Sache, die ich an dem Film überhaupt nicht verstanden habe, war, als der Sohn von David, ähm, in dem Comic-Buchladen war. Jonas hat den Gedanken halt auch gehabt, ja. Und er ist bei den, bei den Helden irgendwie nicht das findet, was er gesucht hat und dann bei den, äh, Villains, also bei den Schurken ist und dann dieses Whisperer-Comic-Film. Genau, ich hab mir auch gedacht, so, ist der, will er jetzt ein, äh, ist der jetzt ein Held, der irgendwie Leute überreden kann, genau, Whisperer, oder er hatte aber, das war ja auch ganz banal, der hat gesagt, his parents oder who is your parents oder Ja, ja, genau. Ähm, also, wenn ich jetzt gezwungen werden würde, das zu interpretieren, ich wüsste jetzt nicht genau, soll das, ähm, sollte das eine Szene sein, in der er selber versucht, seine Rolle in diesem Universum zu finden? Aber ich würde es schon vermuten, so. Also, ich würde es schon vermuten. Meinst du? Ich meine schon, ja. Meinst du, er wird dann in kommenden Filmen vielleicht zu einem Schurken oder was? Vielleicht, wahrscheinlich, weil er jetzt sauer auf die, äh, Gesellschaft ist. Oder vielleicht auf diese Organisation. Oh, diese Organisation, genau. Weil die haben ja offensichtlich ja seinen Vater gedötet. Ja, ja, richtig. Und zwar auf eine ziemlich unepische Art und Weise. Ja, das ist, äh. Weißt du, wenn da ein bisschen vorbereitet mehr gewesen wäre. Das ist so echt das Hauptproblem, was ich mit diesem Film habe. Diese, diese fehlende Epik beim Tod der drei wichtigsten Charaktere. Ja, fand ich den Hauptdarsteller von, also, ähm, Kevin Wendell Crump, fand ich, ein bisschen epischer, wie der gestorben ist. Der wurde halt, ja. Ja, erschossen. Doch, doch, epischer ein bisschen. Der ist halt dann in den, in den Schoß von seiner damaligen, ja, von der Überlebenden aus. Genau, Überlebenden, ne, genau. Ja, das, das war eigentlich ein furchtbar emotionaler Moment, ne, dass die, das Biest in den Arm nimmt, um Kevin wieder da rauszuholen und, und irgendwie. Hat er gesagt, bleib bei mir im Licht. Ja, genau. Bleib bei mir, mit mir auf ewig im Licht. Und das hat er dann am Ende. Das war ein total emotionaler Moment. Und, äh, dann kommt einfach irgendein komischer Scharfschütze, den man nicht kennt, dessen Gesicht man nicht sehen kann, schießt ihm in die Brust. Man sieht nur sein Kleeblatt. Ja, genau. Das war, ja. Das hat die, die Emotionalität des Moments für mich ein bisschen kaputt gemacht. Aber es war epischer als das Ertränken von David. Ja, das ist schon richtig. Und epischer als Mr. Glassdoor. Ja, auf jeden Fall. Ich fand allein die Rolle halt, ähm, von, ähm, James McCoy. James McAvoy, ja. Jack McAvoy, fand ich richtig gut. Halt allein, wie viele Rollen der spielt. Ja, ja. Das muss man sich halt einmal auf der Zunge zergehen, wie viel Charakter dahinter stehen. Mhm. Und allein halt, ähm, Patricia fand ich halt super, wie, wie er die darstellt. Also wirklich diese feminine Art. Und wenn du halt eine Frau anguckst oder eine Dame, die sich gut kippt in früheren Zeiten, sieht die halt, sieht die da genauso aus. Das fand ich halt richtig krass. Was ich jetzt interessant finde, ähm, ich finde in Split ist das relativ gut gelungen, die deutsche Synchronisation. Mhm. In der Originalsprache von Glass kannst du ja auch wirklich an den unterschiedlichen, ähm, Akzenten, Dialekten. Genau, stimmt. Ähm, und, und der Art, sich auszudrücken von James McAvoy, erkennen, welchen, ähm, welchen Charakter er jetzt gerade spielt, ne. Ähm, das ist in der Synchro von Split ganz gut gelungen. Ich bin gespannt, ob das bei Glass jetzt auch so gut gelingt, weil ja da doch nochmal ein paar mehr dazugekommen sind, ne. Ich bin gespannt, den nochmal auf Deutsch zu gucken, dann, äh, vielleicht weiß ich dann 100% des Films. Ich bin halt vielleicht gerade so bei 85. Na, okay. Ja. Gut. Naja. Wie würdest du den Film insgesamt bewerten, Egor? Also wir haben unser berühmtes Raketen-Bewertungssystem, der ja jeder kennt europaweit. Und zwar, ähm, sind unsere Fanraketen. Ich würd' ihn, glaub ich, ich würd' ihn so bei einer 6 einordnen. Bei einer 6, meinst du? Ja, das wär mal eine 6,5, so 6, 6,5, das wär mein Ding. Mhm. Genau. Also, ich hab ja eben schon ganz kurz gesagt, ähm, so am Anfang, bis die wirklich rausgekommen sind, die Tunnelszene fand ich übrigens auch nochmal richtig gut, ne. Ah, wo da, wo die abgehauen wollten, ja. Ja, genau. Dass, äh, Mr. Glass sagt so, yo, wir gehen durch den Tunnel, nicht durch den Haupteingang. Ja, das find ich richtig gut. Ähm, bis dahin hätt' ich dem Film locker 9 von 10 gegeben. Hätt' gesagt, geilster Film, den ich seit Jahren gesehen habe. Aber durch dieses, durch diesen Showdown, ähm, wo ich ja auch schon gesagt hab, war maximal mal 2 dann so an der Stelle. Und dann aber wieder diesen Twist nochmal ganz am Ende, der es ein bisschen wieder hochgezogen hat, würd' ich so in der Summe dann auch wirklich sowas 6, 5, 6 ungefähr. Liegst du bei mir circa. Ja, bisschen, bisschen weniger. Bisschen weniger, ja. Wenn wir halbe geben dürften, würd' ich wahrscheinlich eine 5,5 geben. Ja. Aber 5,5 hört sich auch so, so mega kacke an. Ja, deswegen, deswegen hab' ich eine 6 gegeben. Deswegen hab' ich gedacht, so, okay, also unter 6 ist so, weiß nicht, ist ne 4 Minus. So schlecht war er ja in der Tat dann doch nicht, ne? Also, ja, doch, 6 passt eigentlich ganz gut. Was hat Rotten Tomatoes gegeben? Äh, Rotten Tomatoes lag bei 39 Prozent. Im Audience? Der kann ja nicht im Audience Score, im, äh, im Dingens. Ich weiß auch nicht, genau, genau, genau. Ja, genau, die ersten Preview-Score, genau, 39 Prozent. Ja, dazu muss man ja wissen, ähm, die Journalismus-Scores bei, ähm, Rotten Tomatoes werden ja so berechnet, ähm, die Prozentangabe gibt quasi an, wie viele der Journalisten, die den Film gesehen haben, eine Guck-Empfehlung geben, ne? Das heißt, es ist nicht zu vergleichen mit, äh, mit einer Punktebewertung, sondern da gibt's ja im Prinzip nur ein, ja, würd' ich empfehlen zu sehen oder nein, würd' ich nicht empfehlen zu sehen. Und insofern, ich bin mal... Ich weiß nicht, vielleicht ist ja die ganze Show sowieso subjektiv. Mhm, ja, sowieso. Deswegen, äh... Ich bin echt mal gespannt auf den Audience Score. Also, was so die Welt da draußen sagt. Am 17. kommt er raus? Am 17. Und dann sehen wir das. Genau. Was die Leute davon halten. Genau. Ich bin, äh, ziemlich gespannt. Ich würd' mir, glaub' ich, auch echt noch mal auf Deutsch angucken. Ja, da sowieso. Also schon allein, um zu sehen, wie so die deutsche Synchro geworden ist. Im Split haben die es hinbekommen. Ja, und, ähm, ja, vielleicht, weiß ich nicht, gucken wir dann mal, was, wenn eine Blu-Ray oder so rauskommt, was an Bonusmaterial dabei ist. Ich bin ja jemand, der guckt immer ganz gerne so Bonusmaterial, weil manchmal... Haben wir uns festgestellt. Manchmal ist es ja wirklich so, dass, ähm, es deleted Scenes gibt, die dann im Bonusmaterial noch mal veröffentlicht werden, die dem Ganzen noch mal einen etwas anderen Background geben. Und vielleicht finden wir dann mit dem Bonusmaterial ja auch diese Gesellschaft dahinter besser. Vielleicht ist da wirklich eine komplette, ganz andere Szene, Showdown, wo die in diesem Turm sind. Ja, nee, das glaub' ich nicht. Also ein alternatives Ende wär, glaub' ich, zu krass, aber vielleicht einfach, ähm, so eine kleine Erklärung noch mal, dass man diese Gesellschaft besser verstehen kann. Weil das ist mein Hauptproblem mit dem Film, dass diese Gesellschaft so aus dem Nichts kommt und, und so im Raum stehen bleibt. Wird halt extra so gemacht, um halt zukünftig dann, wird der Sohn da drauf eingehen. Nein, wissen wir nicht. Das wär halt sehr interessant, weil wir müssten, ich wär interessiert, mehr zu erfahren, was das für eine Gesellschaft ist. Wenn das so kommt, dann wär auf jeden Fall diese klassische Heldenschurkenstruktur aufgelöst. Und das ist, glaub' ich, ganz cool so für, ähm, ein Comic-Universum, das dann so weitergefühlt wird. Ich find' auch eigentlich diese Prämisse, ähm, ein Comic-Universum halbwegs realistisch darzustellen, ganz gut. Wobei ja dann der Showdown doch ein bisschen over-the-top war, ne? Also schon allein, dass Bruce Willis dann diese Stahltür, äh, aus, aus den Angeln schlägt und so, das war, war ja dann doch nicht mehr so realistisch, wie es in Unbreakable zum Beispiel noch dargestellt wurde. Stimmt auch. Aber Split war ja auch schon drüber, ne? Mit, äh, mit einer Schrotflinte auf den Typen schießen und er überlebt das und so. War ja dann... Ja klar, der Wutte dann von dem... Der hatte ja... Stimmt! Ja. Und wieso hat er dann den Sniper-Schuss überlebt? Äh, nicht überlebt? Weil er da nicht mehr das Biest war, sondern Kevin. Stimmt, da war da Kevin. Ähm, diese Persönlichkeit des Biests war ja im Prinzip das, was ihn so stark gemacht hat. Was ihn so stark gemacht hat. Ah. Ich sollte nochmal kurz auf Deutsch gucken, glaub' ich. Naja. Können wir ja machen. Aber was meinst du? Ich glaub', wir haben jetzt ein bisschen darüber geredet. Ich glaub', jetzt können sich die Leute mal ein eigenes Bild darunter bilden. Genau, liebe Fans, guckt euch den Film auf jeden Fall an. Wir sind gespannt auf eure Meinung dazu. Äh, da könnt ihr mit uns ja mit Sicherheit auch ein bisschen drüber diskutieren, ne? Und, ähm, ja. Dann wünsch ich euch viel Spaß von dem Film. Genau. Wir hören uns beim nächsten Fancast. Genau, man hört sich. Ciao. Bis dann, macht's gut. Ciao.